SpaceX stellt Starship Booster 11 auf den Starttisch und feuert. Starship Starttisch am KC wurde abgerissen. Polaris Dawn bereitet sich auf Vakuum-Tests mit Raumschiff vor. ISS-Batterie hat eventuell Haus in Florida getroffen. Mitsubishi steigt bei Starlab ein. NASA benennt Firmen für nächstes Mondauto und soll Mondzeitstandard definieren. ESA benennt ihre Gateway-Beteiligung um und Struktur für Mondraumstationsmodul fertig. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Es wird wieder heiß im SpaceX-Starship-Programm. Nachdem Ship 29 seine Feuerkampagne für den nächsten vollintegrierten Starship-Flug absolviert hat, öffnete sich diese Woche die Tür von Megabay 1 und heraus kam Booster 11, um zum Startplatz gefahren zu werden. Der Booster hat mittlerweile den Startplatz erreicht und wurde bereits statisch Feuer getestet. Unfassbar, was SpaceX hier für ein Tempo an den Tag legt. Meine Einschätzung, in den nächsten 30 Tagen fliegt das Ding. Heißer Kandidat vermutlich der 4. Mai. May the force be with you. Zuerst das neue offizielle Video von SpaceX zum dritten Testflug. In typischer SpaceX-Manier, toll geschnitten, mit optimistischer Musik untermalt, mit diesen einmaligen Perspektiven von Drohnen sowie aus der startenden Rakete. Abgesehen davon, dass auf diesen Bildern die größte und leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde, startet als wäre es das einfachste der Welt, freuen wir uns natürlich über Detailaufnahmen von der heißen Stufentrennung. Da beginnen alle sechs Raptor-Triebwerke der Oberstufe zu feuern, während der Booster ja noch mit drei Triebwerken nachdrückt. Aus dem Booster heraus sehen wir dann, wie das Starship wegfliegt. Spannend nun die Detailaufnahmen vom Wiedereintritt des Boosters. Hier verlief ja etwas nicht so ganz nach Plan. Klar zu erkennen und definitiv ungeplant das Abreißen von Teilen aus der Triebwerk-Sektion. Kurz nach der geplanten Triebwerkszündung für die eigentlich vorgesehene Wasserlandung ging ja das Signal im Livestream verloren. Dann Bilder aus der suborbitalen Flugbahn während des Starship-Starts. War ja ein erster großer Meilenstein des Starship-Programms. Weiter als bis hierhin hat es ja noch kein Starship bisher gebracht. Feuriges Finale der Wiedereintritt, von dem wir ja schon im Livestream tolle Bilder bekommen hatten. Dass hier im Flug nicht alles nach Plan verlaufen ist und es wohl mehrere Systemausfälle bereits vor dem Wiedereintritt gab, wissen wir mittlerweile von Elon Musk Tweets. Er schreibt weiter auf X, ja auf dem nächsten vollintegrierten Starship-Flug 4, da soll es besser laufen. Wir bleiben gespannt. Kurz vor Ende des Videos dann der obligatorische Schwenk auf die jubelnden SpaceX-Teams. Ich freue mich ja riesig, da so viele junge Menschen zu sehen. Man musste sich ja die letzten Jahre an eine ziemlich alte Raumfahrt gewöhnen. Fun fact, der Altersdurchschnitt im Mission Control Center bei der ersten Mondlandung von Apollo 11, der betrug unter 30 Jahre. Das SpaceX-Video zum dritten Flug, das schließt mit Nebel umhüllter Starbase. Zwar nicht zu sehen, aber genau an diesem Morgen, als die Drohnenaufnahmen entstanden sind, waren wir für euch vor Ort und haben diese beeindruckende Szenerie vom Boden aus eingefangen und konnten dann tatsächlich auch die Drohnen über uns hören. An dieser Stelle ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, die diese Reise in die USA ermöglicht haben und außerdem mit ihren regelmäßigen Spenden den Senkrechtstarter-Kanalbetrieb sichern. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Was wir bei unserem Besuch in der Starbase ebenfalls gesehen hatten, es wurde ohne Unterlass an der Startanlage gearbeitet. Der dritte Testflug hat zwar nicht für eine Verwüstung wie nach Flug 1 gesorgt, aber die 33 Raptor-Triebwerke, immer in der schubstärksten je gebauten Rakete, die haben für einige Schäden an fragilen Teilen der Startinfrastruktur gesorgt, dem sogenannten Ground Support Equipment. Klar, agiler Ansatz, schauen, was kaputt geht, Versagensmechanismus verstehen und dann schützen oder umdesignen. Wie war das noch gleich? Wenn wir nichts kaputt machen, ist unser Innovationstempo zu gering. Apropos Tempo, laut Elon Musk wird der nächste Start im Mai sein. Nein, aktuell würde ich nicht mal von Elon Time sprechen, sondern wird das als eine realistische Einschätzung sehen. Sollte jetzt bei der Testkampagne von Booster 11 und Chip 29 nichts schief gehen. Das bringt uns zurück zu Booster 11. Ähnlich wie bei Booster 10, der den letzten dritten Flug angetrieben hat, hat SpaceX auch bei Booster 11 auf einen Systemtest der Turbopumpen, den sogenannten Spin-Prime-Test, verzichtet und direkt den Booster statisch gefeuert. Noch wissen wir nicht, ob alle 33 Raptor-Triebwerke über den Test einwandfrei funktioniert haben, aber so schnell wie SpaceX mittlerweile beim Austausch von Triebwerken ist, mache ich mir da keine großen Gedanken. Der Test sah so schon verdammt gut aus und so erwarte ich auch beim Tausch von Hardware keine größeren Verzögerungen. Sollte es so weitergehen wie bei Booster 10, wird es jetzt für Booster 11 zurück in die Mega Bay gehen für finale Checkouts. Das Aufsetzen des Hot Staging Ring muss zwar nicht zwangsläufig in der Mega Bay erfolgen, aber letzte Anpassung vor dem Flug von Booster 11 und Chip 29 halte ich für sehr wahrscheinlich. Ein Systemtest von Chip 29, Hot Staging Ring und Booster 11 wird dann der nächste coole Meilenstein. Dann steht die neue Rakete in voller Größe für Flug 4 auch das erste Mal in Flugkonfiguration auf dem Pad. Und ja, klar beiße ich mir in den Hintern, dass ich das jetzt nur knapp verpasse, aber wisst ihr was, da wird in naher Zukunft regelmäßig die Größe- und Leistungsstärkstrakete, die je gebaut wurde, auf dem Pad stehen und Starts werden für uns dann so normal werden wie die Starts der Falcon 9. Einigen von euch ist es schon aufgefallen. Unter dem Video findet ihr Senkrechtstarter Merchandise. Natürlich auch in knalligrot, wie ich es im KSC getragen habe, und in coolem Blau mein Outfit für die Starbase. Chip 29 wurde wie gesagt bereits heiß getestet, das noch auf dem ehemaligen Suborbital Pad. Weil für diese Tests die Startanlage geräumt werden muss, geht ja immer viel Zeit verloren für das Verbessern der Bodeninfrastruktur. SpaceX baut aktuell einen Feuerteststand für Starship-Oberstufe und zwar dann in der alten Gun Range bei Merseys. So können zukünftig dann auch die statischen Feuertests unabhängig von der Startaktivität erfolgen und so die übernächsten Flüge auch vorbereiten. Außerdem soll der neue zweite Startturm in Boca Chica am Suborbital Pad entstehen. Sowohl der Bau als auch ein späterer Flugbetrieb soll von diesem zweiten Pad profitieren und von dem Verlegen des Starsprüfstands nach Merseys. Die Erdarbeiten für dieses zweite Startpad haben ja bereits längst begonnen und ein Großteil der Turmsegmente für den neuen Startturm befindet sich bereits in Brownsville im Hafen oder am Bauplatz in der Starbase. Der Hafen von Brownsville eine gute Überleitung. Die Segmente des neuen Startturms sind ja in Florida entstanden und wurden von dort auf dem Seeweg nach Brownsville gebracht. Als wir in Florida vor Ort waren, meinte unser Reiseleiter auf der Bustour durch das KSC, die Starship-Startanlagen am Pad 39A, die werden teilweise wieder abgerissen. Mittlerweile hat man die Beine des Starttests am Pad 39A tatsächlich dem Erdboden gleich gemacht, da sie vor dem ersten vollintegrierten Starship-Start entstanden sind und man mittlerweile einiges aus den drei Starts gelernt hat, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass uns sowohl in der Starbase als auch am Pad 39A ein neues Starttisch-Design mit integrierter Kühlung erwartet. Der nächste Starship-Start, der wird ja wieder ohne Nutzlast erfolgen. Die für das zukünftige Geschäftsmodell von SpaceX extrem wichtigen Starts der neuen großen Starlink-Satelliten, die nicht auf Falcon passen, die müssen also noch etwas warten. Immer mal wieder kursieren Gerüchte zur Planung eines Börsengangs von Starlink. Space Intel Report zitiert Brad Johnson, den SpaceX Chief Financial Officer. Ihn interessiere das Thema aktuell nicht, die Regulatorik, die sei momentan Thema Nummer 1 bei ihm für SpaceX. Auch interessant, die Bewertung des nicht öffentlich gehandelten SpaceX auf schwindelerregende 175 Milliarden Dollar sei laut Johnson komplett ohne Investmentbanken zustande gekommen. SpaceX habe sich vielmehr sein eigenes Netzwerk an Investoren gebaut, durch das auch so radikale Entwicklungen wie das Starship-Programm finanziert werden können. Es würde mich sehr wundern, wenn er nicht in SpaceX investiert ist, Multimilliardär und Jetpilot Jared Isaacman. Ich hatte letzte Woche bereits darüber berichtet, dass sein privat finanziertes Polaris-Programm mit SpaceX nun vor einem wichtigen Meilenstein steht und die Veröffentlichung der neuen SpaceX-Anzüge, die auch Weltraumausstiege erlauben sollen, unmittelbar bevorsteht. Auf dem offiziellen SpaceX-Account ist nun ein Update erschienen. Der Crew Dragon für die erste Polaris-Mission, Polaris Dawn, ist nun auf dem Weg zu einem Vakuumkammer-Test. In dem Post ist auch von einem Start in diesem Sommer die Rede. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Das Programm wurde ja in den letzten zwei Jahren immer wieder verschoben. SpaceX schreibt weiter, dass es bei diesem Test nicht um gewöhnliche Tests geht, sondern das Team den Druck des Dragons auf Vakuumkammer-Niveau absenken und wieder erhöhen soll, um sicherzustellen, dass der Crew Dragon während und nach dem geplanten Weltraumausstieg die erwartete Leistung erbringt. Der SpaceX Dragon verfügt ja über keine Luftschleuse. Alle vier Besatzungsmitglieder werden also dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt sein. Eine Praxis, die im Mercury- und Apollo-Programm gängig war, bevor Raumstationen und Shuttles dann Luftschleusen verwendet haben. Also ich habe zwar nicht die genauen Anforderungen der NASA für die im Rahmen des Commercial-Crew-Programms entwickelten SpaceX Crew Dragon gelesen, aber ich bin mir relativ sicher, dass durchaus eine gewisse Zeit Druckabfall in der Kapsel überlebensfähig sein muss, da ja die bisherigen Druckanzüge, die ja die Crew auch dann am Leben erhalten sollen, wenn der Druck im Dragon flöten geht. Wenn das bisher für den Dragon Notfall-Szenarien waren, geht es bei Polaris Dawn ja aber um einen sicheren Betrieb vor, während und nach dem Druckabfall. Hier möchte man mit Sicherheit nicht, dass irgendwelche Stoffe oder Partikel unter Vakuum ausgasen und dann frei in der Kapsel rumfliegen und die Crew vielleicht gefährden. Aber das ist nicht das Einzige, was Polaris Dawn vorhat. Laut SpaceX will man während der Dawn-Mission die höchste Höhe in der Erdumlaufbahn seit dem Apollo-Programm erreichen, das Starlink-System testen und neben dem Weltraumausstieg mehr als 35 Forschungsexperimente durchführen. Polaris Dawn soll mit Hilfe von Starlink Laserkommunikation für den Deep Space testen. Ja und klar, die Woche gab es auch wieder Starlink-Starts. Am Dienstag, den 2. April, ist von Vandenberg zum Beispiel eine Falcon 9 mit neuen Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Am Mittwoch, 3. April, ist von Xi Cheng eine lange Marsch 2D gestartet. An Bord befand sich der Erdbeobachtungssatellit Yaogan 4201. Über den ist nicht sehr viel bekannt. Sehr wahrscheinlich ist es eine neue Generation militärischer Aufklärungssatelliten für das chinesische Militär. Am Freitag, den 5. April, gab es eine weitere Ladung Starlinks von Cape Canaveral. Geht gut los, der April für SpaceX. Im März hat SpaceX ja das erste Mal 12 Raketenstarts in einem Monat hingelegt. Okay, ich gestehe, ich habe mich auch lustig gemacht über die Schlagzeile von Bild. Weltraumtrümmer könnten das Aschenbrödel-Märchenschloss Moritzburg zerstören. Es ist doch möglich, dass das alte ISS-Batteriepack tatsächlich für einen Sachschaden gesorgt hat. In Naples, Florida, krachte ein etwa ein Kilogramm großes Teil in das Haus von Alejandro Otero, der zu diesem Zeitpunkt zwar nicht zu Hause war, aber dafür sein Sohn. Die Zeit des Einschlags stimmt auch in etwa mit der vom US Space Command bestimmten Zeitüberein für den Wiedereintritt von Weltraumschrott über dem Golf von Mexiko in Richtung Südwesten Florida. Die NASA hat das Projektil mittlerweile für eine Untersuchung erhalten und soll nun die Herkunft des Objekts bestimmen. Fun fact, die Entsorgung der ISS ist ja immer noch nicht abschließend geklärt, beziehungsweise sie wird dank der US-Politik nur spärlich mit den Ressourcen versorgt, die die NASA fordert. Das wird sich spätestens dann ändern, wenn sich der unvermeidbare Absturz der ISS klar einer amerikanischen Legislaturperiode zuordnen lässt. Die nächsten Raumstationen im niedrigen Erdorbit, so hat sich die NASA festgelegt, die werden kommerziell betrieben. Eine der neuen Stationen soll das Starlab werden. In das von Voyager Space und Airbus Defense & Space ins Leben gerufene Joint Venture ist nun Mitsubishi als strategischer Partner eingestiegen. Details des Abkommens sind bisher nicht bekannt, aber die von Mitsubishi unter anderem genannten Ziele wie Innovationen vorantreiben und Fortschritte in der Raumfahrtforschung katalysieren, klingen ziemlich ähnlich wie die von der JAXA gerade aufgelegten Weltraum-Innovationsfonds-Ziele. Starlab soll in Bremen bei Airbus entmontiert werden und Ende der 20er Jahre mit einem einzigen SpaceX-Starship-Start in den Orbit gebracht werden. Erklärtes Ziel von Starlab, mit nur etwa einem Drittel Rauminhalt der ISS die gleiche Forschungskapazität der Internationalen Raumstation erreichen. Mitsubishi fielen vermutlich eher als Automobilhersteller bekannt, tatsächlich aber einer der typischen großen japanischen Mischkonzerne wie Toyota, Honda, Toshiba, Sony und viele andere. Autos dienen mir trotzdem als Überleitung, denn die NASA hat jetzt drei Unternehmen ausgewählt, die den nächsten Mondbuggy bauen sollen. Ja, das sogenannte Apollo-Mondauto ist ja eines der bekanntesten Autos überhaupt und auch das konnten wir uns in der Apollo-Ausstellung im KSC aus nächster Nähe ansehen. Jetzt geht's um das Apollo-Folgeprogramm Artemis. Am 3. April gab die NASA bekannt, dass mit Moonracer, Lunar Outpost und Flex Rover drei Teams den kommerziellen Vertrag für die Lunar Terrain Vehicle Services erhalten haben. Der Vertrag, der umfasst die Entwicklung von Rovern, die von Astronauten bei Artemis-Missionen ab Artemis 5 eingesetzt werden sollen. Die Rover sollen dann der NASA als Dienstleistung von den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, ähnlich wie die Agentur auch Raumanzüge und Mondlander für das Artemis-Programm beschafft und seit über zehn Jahren erfolgreich die ISS versorgt und seit ziemlich genau vier Jahren sogar Astronauten zur ISS schickt. Während der Hauptzweck des LTV darin besteht, Astronauten auf der Mondoberfläche zu transportieren, plant die NASA auch, den Rover fernzusteuern. Grund, so können wissenschaftliche Untersuchungen auch dann durchgeführt werden, wenn keine Astronauten auf dem Mond anwesend sind. Der neue Mondrover soll den Astronauten dabei helfen, Orte zu erreichen, die sie sonst so nicht erreichen könnten, weil sie zu weit weg sind vom Lander und soll dann weitere Explorationen und wissenschaftliche Experimente ermöglichen und betreiben können, wenn die Astronauten bereits wieder weg sind. Obwohl der Gesamtwert des LTV-Services-Vertrag über 15 Jahre bei stolzen 4,6 Milliarden Dollar liegt, haben die drei Unternehmen bisher nur kleine Aufträge für die Machbarkeitsphase erhalten, um die Designs der Rover bis zu einer vorläufigen Designprüfung im nächsten Jahr weiterzuentwickeln. Dementsprechend gibt es auch noch nicht viele technische Details zu den neuen Rovern. Intuitive Machines leitet ein Team namens Moonracer, das AVL und Michelin aus der Automobilindustrie sowie Boeing und Northrop Grumman aus der Aerospace-Industrie empfasst. Der Lander soll auf einem Nova-D-Lander geliefert werden, eine größere Version des Nova-Sea-Landers, die ja im Februar halb erfolgreich auf dem Mond gelandet ist. Die Firma Luna Outpost, ein Start-up, leitet ein Team namens Lunar Dawn, das aus dem Aerospace, Lockheed Martin und MDL Space sowie General Motors und Goodyear aus der Automobilindustrie umfasst. Der Flex-Rover, der kommt von Venturi Astrolab in Kooperation mit Exxon Space und Odyssey Space Research. Eine robotergesteuerte Version soll es unabhängig vom NASA-Vertrag vorher schon Ende 2026 auf einer der SpaceX Starship HLS Testmissionen ohne Crew zum Mond schaffen. Autonom auf dem Mond navigieren ist ja ähnlich wie auf dem Mars gar nicht so einfach. Ein globales Navigationssystem gibt es ja auf beiden Himmelskörpern noch nicht. Apropos beiden, das Weiße Haus hat die NASA jetzt beauftragt, bis 2026 einen neuen Zeitstandard für Mondmissionen zu entwickeln, um die Navigation und kritische Missionsmanöver besser planen zu können. Dieser neue Zeitstandard, genannt Koordinierte Mondzeit LTC, basiert auf der Weltzeit UTC, muss aber für den Mond angepasst werden. Das liegt daran, dass Zeit auf dem Mond wegen der relativistischen Effekte anders verläuft als auf der Erde. Auch wenn der Unterschied eigentlich minimal ist, macht er bei präzisen Operationen im Weltraum wie Navigation und Kommunikation einen großen Unterschied aus. Die neue Mondzeit muss zuverlässig, genau und auch ohne Verbindung zur Erde nutzbar sein. Außerdem bastelt die NASA an einem Satellitennetzwerk für Kommunikation und Navigation auf dem Mond. Das kann dann in der Entwicklung der Mondzeit mit einfließen. Ich freue mich schon riesig, wenn ich euch Starts in LTC ankündigen kann. Nach der Artemis 3 Mission, die ja die ersten Menschen in der Nähe des Südpols des Mondes landen soll, werden Astronauten bei Artemis 4 in der ersten Mondraumstation der Menschheitsgeschichte, dem Gateway, leben und arbeiten. Es gibt nicht wenige Stimmen aus dem NASA-Agenturumfeld, die davon ausgehen, dass Artemis 4 vor Artemis 3 stattfinden wird. Ja, schauen wir mal. Wie sag ich immer, wenn es Bilder von Hardware gibt, dann wird's ernst. Die Primärstruktur des Halo-Moduls, des Gateway, ist nach Abschluss der Schweißarbeiten in Turin strukturell fertiggestellt worden. Halo ist eines der vier Gateway-Module, in denen die Astronauten leben, dort im Vergleich zur ISS nur sehr rudimentär Wissenschaft betreiben und sich vor allem auf Mondmissionen vorbereiten werden. Die NASA arbeitet bei der Entwicklung von Halo mit Northrop Grumman und dessen Unterauftragnehmer Thales Alenia Space in Italien zusammen. Die ersten beiden Gateway-Module, das Power and Propulsion Element, kurz PPE, und der Habitation and Logistics Outpost, kurz Halo, werden mit einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete gemeinsam gestartet. Nach etwa einem Jahr werden sie den Mondorbit erreichen und dann dort auf die erste Besatzung von Artemis 4 warten. Diese Crew wird dann auch das internationale Wohnmodul IHAB, der ESA und das von der JAXA entwickelte Lebenserhaltungssystem zusammen mit dem Orion-Raumschiff anliefern. Und das bringt uns zur ESA-Beteiligung am Gateway. Die ESA hat ihren Schlüsselbeiträgen zur Gateway-Raumstation neue Namen gegeben. Sie trägt drei Schlüssel-Elemente zum Gateway bei. Diese waren zuvor als IHAB, Esprit Refueling Module, kurz ERM, und Esprit Halo Lunar Communication System, kurz HLCS, bekannt. Nun wurden diese Teile umbenannt, griffiger in Lunar IHAB, Lunar View und Lunar Link. Es gibt Menschen, die den mythologischen oder Entdeckernamen aller Kolumbus-Module, Galileo oder Copernicus hinterher weihen. Aber ich denke, die neuen Namen sind einigiger. Schließlich muss man ja nicht andauernd den Leuten mit einem Geschichtsbuch auf den Kopf hauen. Raumfahrt darf auch cool und griffig sein. Daher von mir ein Daumen nach oben. Es geht wieder zum Mond, diesmal um zu bleiben. Hashtag Apollo-Moment. Und ich finde es super, dass wir den Erdorbit endlich wieder verlassen. Unfassbar, dass Yuri Gagarin schon 1961 ins All geflogen ist. Ja, und hier geht ein unbezahlter Shoutout an die Jury's Night, die wie viele, viele andere Weltraumbegeisterte rings um den Erdball am 12. bzw. 13. April unter anderem Jury's ersten Weltraumflug feiern. Bei uns wird dieses Jahr die Jury's Night mit Events in Köln, Stuttgart und München parallel gefeiert. Highlights unter anderem in Köln wird Thomas Berger über die Phantome Helga und Soa auf Artemis 1 sprechen. In Stuttgart wird es Infos aus erster Hand zu Astronautenanzügen und Starlab geben. Und in München werden unter anderem die ESA-Reserve-Astronautinnen Nicola Winter und Amli Schönewald für Begeisterung sorgen. Link zur Jury's Night findet ihr unter dem Video. Vor der Jury's Night am Freitag gibt es noch ein paar Starts hier im Schnelldurchgang. Am Montag, 8. April, startet SpaceX vom Kennedy Space Center den ersten Rideshare in den Mio. Die Mission trägt den Namen Bandwagon One. Am 9. April soll in Sibirien von Wostochny eine Angara A5 starten. Wieder nur ein Testflug. Der vierte, in zehn Jahren, eigentlich sollte die Angara die Proton-Rakete ablösen. Wurde diese Woche erneut verschoben. Eventuell dann nächste Woche am Dienstag, 9. April, der allerletzte Delta IV Heavy Start. An Bord ein US-Aufklärungsathlet für das National Reconnaissance Office. Am Mittwoch den voraussichtlich Wochenabschluss dann mit Ladung Starlings von Cape Canaveral SpaceX. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, die News haben dir gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön süßig bleiben. Dein Mau.